Danke, Herr Vorsitzender, Damen und Herren auf der Regierungsbank, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Im Unterschied zu den anderen bedanke ich mich zuallererst für die unzähligen Zusendungen mit Zahlen, Fakten und Daten zu Corona, zur verfehlten, evidenzlosen und auch tyrannischen Politik dieser Regierung, teils auch mit herzzerreißenden Erzählungen und persönlichen Schicksalen, wie es Menschen ergangen ist und wie es Menschen ergeht, die unter dieser schwarz-grünen Politik zu leiden haben. Ich habe versucht, so gut es ging, alle Mails zu beantworten. Heute sind jetzt wieder 196 neue Mails in meinem Posteingang. Ich verspreche, ich werde auch die noch abarbeiten. Es kamen auch hunderte Briefe. Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht jeden Brief beantwortet habe. Das war zeitlich ganz einfach nicht mehr möglich. Aber ich habe jeden Brief und jedes Schreiben gelesen. Und ich kann Ihnen sagen, Ihre Schreiben, Ihre Mails motivieren mich in meiner Arbeit. Vielen Dank und vielen Dank dafür. Und genauso wichtig wie diese Schreiben waren auch die unzähligen Eingaben zu den Gesetzesentwürfen zur Impfpflicht. Und genauso wichtig sind auch die lauten Proteste auf den Straßen. Denn letzten Endes war es genau diese Kritik der Bürger, der Menschen in Österreich, natürlich auch die Arbeit der Freiheitlichen Partei und, so ehrlich muss man auch sein, auch die Unfähigkeit dieser wohl schlechtesten und menschenverachtendsten Regierung der Zweiten Republik, die jetzt in Wahrheit mitten in einem Rückzugsgefecht steckt und deshalb das Impfgesetz in dieser Form beschlossen wird. Es wird auch genau diese Unfähigkeit dieser Regierung sein, die dieses Impfpflichtgesetz wieder zu Fall bringen wird. Und wir Freiheitliche werden sowohl parlamentarisch, juristisch als auch auf den Demos weiterhin alles tun, um diese Unrechtspolitik und diese verfassungs- und grundrechtsfeindlichen Gesetze und Verordnungen zu Fall zu bringen. Versprochen. Bisher haben die Regierenden, allen voran immer Herr Nehammer, immer von den Expertinnen und Experten gesprochen, auf die sich immer angeblich berufen wurde. Erstens sind ja nicht schon einige Experten abhandengekommen, weil sie diesen Corona-Wahnsinn ganz einfach nicht mehr mittragen wollten. Deshalb sind das jetzt wahrscheinlich auch alle Schwurbler. Und zweitens sollte man sich einmal genau anschauen, wer unter diesen Experten ist und auf wen sich diese Regierung immer wieder beruft. Von mindestens acht dieser Experten, die die Corona-Politik mitgestalten, weiß man, dass sie auf den Payrolls von Pharmaunternehmen, sprich also auf den Gehaltslisten stehen. Ein Name, der sehr oft vorkommt, ist Pfizer. Pfizer. Welch Zufall. Dann gibt es einige, die gleich von mehreren Geld kassieren. Einer war zum Beispiel bei Pfizer und googelt man jetzt seine Homepage, dann sieht man dort als Sponsor Valneva. Unabhängig, meine Damen und Herren, schaut für mich anders aus. Und stellt man sich da die Frage, ob das wirklich Experten sind, könnte man vielleicht auch dahin kommen, dass man sagt, vielleicht sind das viel eher Impflobbyisten, die doppelt kassieren, nämlich einmal vom Staat und einmal von der Pharmaindustrie. Oder ist es vielleicht so, dass man in der Pharma-Lobby beschäftigt sein muss und bezahlt werden muss, damit man in Österreich ein Experte sein kann. Und für mich eine ganz zentrale Figur dieser Regierungsimpfpropaganda ist einer, der glaubt, sich immer zu Wort melden zu müssen. Er ist ein bisschen verhaltensauffällig, um ehrlich zu sein. Der leider noch immer Ärztekammerpräsident Seckerisch. Der wagt es unzähligen Ärzten, die Fachkenntnis ab und das Misstrauen auszusprechen. Und nur, weil diese ihre Bedenken zur aktuellen Corona-Politik und Impfstrategie samt Impfpflicht offen aussprechen. Und dieser Herr Seckerisch hat jetzt ein ähnliches Problem, wie es sonst immer die ÖVP hat. Er stolpert gerade über veröffentlichte Chats beziehungsweise Postings in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und wer sich allen Ernstes noch fragt, warum Bürger der Politik oder auch den sogenannten Experten und der Wissenschaft, nicht mehr vertrauen, der bekommt jetzt die Antwort von mir auf dem Silbertablett serviert. In der Politik ist die Antwort einfach. Da sind es ganz einfach die anhaltenden ÖVP-Korruptionsskandale. Der ÖVP-Sumpf, wogegen die Mafia in Italien wie eine schlecht organisierte Pfadfindergruppe ausschaut. Eine ÖVP-Korruption, die über Jahrzehnte vorbereitet, aufgebaut und perfektioniert wurde. Von Strasser über Schmitt, Brandstetter, Kleubmüller, Kurz, Pilner, Jack, Sobotka, Mikl-Leitner und viele, viele mehr. Und da wird noch einiges kommen. Und meine Damen und Herren, ich hätte mir nie gedacht, dass ich das einmal an der Stelle sagen werde. Aber ich werde es jetzt sagen. Danke, Peter Pilz. Applaus Und bei den Ärzten tut mir das persönlich besonders weh, weil ich es da nicht so schlimm vermutet hätte. Da gibt es eine Facebook-Seite mit dem Namen Ärzte versus Covid-19. In dieser Gruppe ist auch der Ärztekammerpräsident Thomas Seckeresch dabei. Im vermeintlichen Schutz einer geschlossenen Gruppe wird dabei darüber diskutiert, was diese Ärzte in der Öffentlichkeit dann wieder als Verschwörungstheorien bestreiten. Als Beispiel, dass ein PCR-Test eine Covid-Erkrankung nicht nachweisen kann. Eine Kollegin, die sich vehement dafür einsetzte, die Bevölkerung über dieses Faktum aufzuklären und zu informieren, um Angst und Panik zu vermeiden, wurde daraufhin aus der Gruppe entfernt. Das sind die Experten der Regierung. Oder wenn es darum geht, dass darüber geschrieben wurde, dass die Meldung von Impfnebenwirkungen einfach zu aufwendig sei. Eine Wiener Ärztin postet in der Gruppe wörtlich, Prinzipiell müssten wir ja jede Nebenwirkung melden. Doch wenn ich das mit Covid-Impfung getan hätte, wäre ich wohl jede Woche mindestens zwei Stunden extra mit Fragebogenausfüllen beschäftigt gewesen. Das hätte ich nicht gepackt. Ganz ehrlich, das sind die Experten dieser Regierung. Für mich stellt sich aber die Frage, inwieweit das mit dem Ärztegelöbnis oder auch der ärztlichen Ethik zu vereinbaren ist. Nämlich gar nicht. Und ein weiterer Arzt dieser geschlossenen Facebook-Gruppe, der gleichzeitig auch Mitglied im NIC, nämlich im Nationalen Impfgremium ist, der schreibt, ich halte es für vollkommen unmöglich, die Bevölkerung der Corona-Pandemie informiert zu halten. Übrigens ist dieser Arzt auch zufällig einer jener, der auf der Gehaltsliste der Pharmaindustrie steht. Welch Zufall. Und das sind die Experten dieser Regierung aufgrund derer Expertisen, sie heute dieses Impfpflichtgesetz einführen. Um jeden Preis, wie es scheint. Aber genau das passt ja zur ÖVP-Politik. Ganz nach dem Motto Manipulation statt Information. Denn solange das Volk Angst hat, kann man das Volk leicht führen und ist es leicht steuerbar. Das ist dieses Teile und Herrsche aller ÖVP in Österreich. Und auf dieser Facebook-Seite Ärzte versus Covid-19 findet man viele weitere wichtige Informationen, die man aber der Bevölkerung absichtlich vorenthalten hat. Nämlich im April 2021, und jetzt hören Sie zu, informierte der leider noch immer Ärztekammerpräsident Sekeresch selbst die Ärzteschaft darüber, dass das Nasenspray Koldamaris rezeptfrei, übrigens um 9 Euro erhältlich, vor einer Infektion schützt. Bekannten wurde dazu geraten, den Spray zu verwenden. Aber die Öffentlichkeit hat man darüber nicht informiert. Und meine Damen und Herren, das empfinde ich als Verbrechen. Da werden millionenteure Werbekampagnen für diese Impfungen in allen Medien geschalten. Und gleichzeitig wird dem dummen Volk, dem Böbel, verschwiegen, dass ein rezeptfreier Nasenspray um 9 Euro rechtzeitig angewendet vor einer Infektion schützt. Das ist ein Verbrechen. Eine Schande, meine Damen und Herren. Und das sind Ihre Experten, mit denen Sie heute die Impfpflicht durchsetzen. Da können Sie schon mit dem Kopf schütteln, aber das ist leider die Wahrheit. Und es gibt noch viele weitere solcher Ungeheuerlichkeiten auf dieser Facebook-Seite. Ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Lesen Sie den Artikel ganz einfach nach, mit den Original-Screenshots dazu, nämlich im Wochenblick. Und da komme ich gleich zur nächsten Frage. Obwohl der Artikel bereits seit 20. Jänner online ist und die Fakten auf den Tisch legen, warum hat noch kein weiteres Medium das aufgegriffen? Krone, Kurier, ORF, Standard. Na, wo seid ihr da? Wo seid ihr jetzt alle? Oder dürfen Sie vielleicht nicht berichten, weil es gerade wieder ein paar Millionen von der Regierung gibt? Kann das der Fall sein? Eine letzte Grauslichkeit von dieser Facebook-Seite habe ich noch für Sie. Man findet dort ein Gedicht, in dem es unter anderem heißt, die Ungeimpften sind nicht schlechter, nur weil sie Ignoranten sind. Sie sind Immunsystemverfechter, für gute Argumente blind und mehranteils verrückt geworden. Sie fallen allen nur zur Last. Und doch, man soll sie nicht ermorden. Fürs Erste reicht ja auch der Knast. 74 Mitglieder aus dieser geschlossenen Ärztegruppe haben dieses grausliche und menschenverachtende Gedicht mit einem Like, also einem Daumen hoch, gewürdigt. Und der Moderator dieser Gruppe, auch Mitglied im nationalen Impfgremium und ganz zufällig auch auf der Gehaltsliste eines Pharmakonzerns, hat darunter kommentiert, großartig. Das sind Ihre großartigen Experten. Das sind die großartigen Expertinnen und Experten von Nehammer und Mückstein. Gratuliere. Und da der leider noch immer Ärztekammerpräsident Zäckerisch selbst regelmäßig in dieser Gruppe gepostet hat, weiß er natürlich auch Bescheid, was in dieser Gruppe für zynische und menschenverachtende Postings geschrieben wurde. Aber ganz offensichtlich toleriert er das alles. Und noch dazu, wo diese Facebook-Gruppe sogar von ganz offizieller Seite der Ärztekammer beworben wurde. Da frage ich mich, warum ist dieser Herr, der Herr Zäckerisch, noch im Amt? Sie schauen so betroffen, Herr Dr. Waldhäusl, äh, Kornhäusl. Herr Dr. Kornhäusl, sind Sie vielleicht Mitglied in dieser Facebook-Gruppe? Das würde zumindest einige Ihrer Postings aus der Vergangenheit oder einige Ihrer Aussagen hier aus der Vergangenheit erklären. Sind Sie Mitglied in dieser Facebook-Gruppe? Kennen Sie die? Ja, Ärzte versus Covid-19. Ich bin ja nur froh, dass diese Ärzte nur einen kleinen Teil der Ärzteschaft in Österreich darstellen. Aber leider genau sind es jene, auf die sich die Regierung beruft und die sich mit der Regierung verbrüdert haben. Und eines, meine Damen und Herren, ist für mich auch klar. Welchen Ärzten werde ich vertrauen? Ärzten, die fürstlich entlohnt werden und medial verhätschelt werden, weil sie undifferenzierte Regierungsmeinung trommeln? Oder vertraue ich Ärzten, die sich hinstellen und ihre Reputation, ihr wirtschaftliches Fortkommen, ja sogar ihre Existenz riskieren, um etwas an die Öffentlichkeit zu bringen, wovon sie überzeugt sind? Die Antwort für mich ist eine ganz einfache, zweitere natürlich. Diese Impfpflicht, die heute hier von ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS beschlossen wird, ist eine autoritäre und eine faschistoide Zwangsmaßnahme und ist mit unseren demokratischen Prinzipien in Österreich nicht vereinbar. Liebe Österreicher, es gibt trotz des heutigen Beschlusses absolut keinen Grund für Angst und Panik. Genau das will diese Regierung ja. Wir Freiheitliche werden weiter an ihrer Seite, an der Seite der Menschen stehen, die für Freiheit und für Selbstbestimmung eintreten. Und wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und unsere Landsleute aufklären, wie sie sich gegen drohende Strafen auch zur Wehr setzen können. Und auf der Internetseite www.impfzwang.at, das sehen Sie hier vorne, finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten und diese Internetseite wird immer aktuell gehalten. www.impfzwang.at An die Regierenden gerichtet, jetzt ist keiner mehr da, Herr Mückstein, sogar Ihre Kollegen haben Sie schon allein lassen, bei so einem wichtigen Thema, dass eigentlich niemand da ist, ist ja grotesk. Wo ist der Herr Kanzler, wo ist der Herr Vizekanzler, alle lassen Sie allein. Sollte Ihnen ein Zeichen sein. Vielleicht sind Sie gar nicht mehr so lange, Minister, wie Sie glauben. An die Regierenden gerichtet, zeigen Sie wenigstens einmal Anstand. Entschuldigen Sie sich bei den Österreichern für zwei Jahre Unfähigkeit, entschuldigen Sie sich bei den Österreichern für zwei Jahre Tyrannei und entschuldigen Sie sich bei den Kindern allen voran. Und dann treten Sie zurück und machen Sie Platz für Neuwahlen. Vielen Dank.